Der Feldwebel ist ein militärischer Dienstgrad der Bundeswehr und früher Streitkräfte im deutschen Sprachraum. Inoffiziell werden ferner alle oder einige der Dienstgrade der Dienstgradgruppe der Unteroffiziere mit Portepä als Feldwebel zusammengefasst. In der Schweizer Armee lautet die Bezeichnung für den Dienstgrad Feldwebel. Im Bundesheer hat die Dienstgradbezeichnung Wachtmeister die Bezeichnung Feldwebel abgelöst. Etymologie Das Wort setzt sich aus dem alten Begriff Weibel für Gerichtsdiener und Feld für Krieg zusammen. Der Begriff Feldwebel wurde auch in mehrere andere Sprachen übernommen, darunter Schwedisch, Russisch und Bulgarisch. Von Webel leiten sich Finnisch Weepeli und Estnisch Fäbel ab. Bundeswehr Der Dienstgrad Feldwebel wird durch den Bundespräsidenten mit der Anordnung des Bundespräsidenten über die Dienstgradbezeichnungen und die Uniform Der Soldaten auf Grundlage des Soldatengesetzes festgesetzt. In der Bundeswehr ist der Feldwebel ein Unteroffiziersdienstgrad, der gemäß der zentralen Dienstvorschrift A-1424 Dienstgrade und Dienstgradgruppen zur Dienstgradgruppe der Unteroffiziere mit Portepä zählt. Aufgrund der Zugehörigkeit zur Dienstgradgruppe der Unteroffiziere mit Portepä können Feldwebel auf Grundlage des vier der vorgesetzten Verordnung. Innerhalb der dort gesetzten Grenzen Soldaten der Dienstgradgruppenmannschaften und Unteroffizieren ohne Portepä Befehle erteilen. Feldwebel werden beispielsweise als Gruppen- und Truppführer, als Kommandant von Panzerfahrzeugen, auf Stabspusten oder als besonders qualifiziertes technisches oder handwerkliches Fachpersonal eingesetzt. Aufgrund der Dienststellung können Feldwebel in den in der vorgesetzten Verordnung aufgezählten Fällen allen dienstlich oder fachlich unterstellten Soldatenbefehle erteilen. Maßgebliche gesetzliche Grundlagen für die Ernennung zum Feldwebel trifft die Soldatenlaufbahnverordnung und ergänzend die zentrale Dienstvorschrift. 20 Siebtel Zum Dienstgrad Feldwebel können Zeitsoldaten und Reservisten ernannt werden. Voraussetzung zur Ernennung in den Dienstgrad Feldwebel ist die Zugehörigkeit zu einer der Laufbahnen der Feldwebel. Die Einstellung mit dem Dienstgrad Feldwebel ist möglich. Wenn der Bewerber über in der Verwendung verwertbare Kenntnisse verfügt, die meisten Feldwebel haben zuvor aber als Feldwebelanwärter im Dienstgrad Stabsunteroffizier gedient. Der Dienstgrad Feldwebel kann in diesem Fall frühestens ein Jahr nach Ernennung zum Stabsunteroffizier erreicht werden. Voraussetzung ist ferner, dass sie eine Unteroffizierprüfung bestanden haben, die sich aus einem allgemein militärischen und einem militärfachlichen Teil zusammensetzt. Feldwebel werden nach der Bundesbesoldungsordnung mit A7 besoldet. Dienstgrad Abzeichen Das Dienstgrad Abzeichen für Feldwebel zeigt einen Winkel mit der Spitze nach oben und eine geschlossene Tresse als Schulterabzeichen. Den Dienstgrad Feldwebel führen nur Heeres- und Luftwaffenuniformträger. Marineuniformträger derselben Rangstufe führen den Dienstgrad Butzmann. Offizieranwärter führen den ranggleichen Dienstgrad Fähnrich oder Fähnrich zur See. In den Streitkräften der NATO ist der Feldwebel zu allen Dienstgraden mit dem NATO-Rangcode A6 äquivalent. In den Feldwebellaufbahnen ist der Feldwebel gemäß Nummer 127 F. ZDV 20 Siebtel zwischen dem rangniedrigeren Stabsunteroffizier bzw. Obermat und dem ranghöheren Oberfeldwebel bzw. Oberbootsmann eingeordnet. Inoffiziell werden die Heeres- und Luftwaffenuniformträger der Dienstgradgruppe Unteroffiziere mit Portepee als Feldwebel bezeichnet. Wobei manchmal implizit auch die Marineuniformträger dieser Dienstgradgruppe einbezogen sind. Aufgrund des inoffiziellen Charakters der Bezeichnung ist häufig unklar, ob die einem anderen Bezeichnungsschema folgenden Dienstgrade der Offizieranwärter aus der Dienstgradgruppe der Unteroffiziere ohne Portepee Ebenfalls unter diese inoffizielle Bezeichnung fallen oder nur die Dienstgrade der Dienstgradgruppe Unteroffiziere mit Portepee, in die man in einer der Laufbahnen der Feldwebel ernannt werden kann. Schweizer Armee In der Schweizer Armee wird der Grad als Feldweibel bezeichnet. Frühere Streitkräfte Historisch war der Feldwebel ein Unteroffizier mit besonderen Aufgaben innerhalb einer Kompanie bzw. Der höchste Unteroffiziersdienstgrad Der Feldwebel war in den deutschen Streitkräften ursprünglich der Gehilfe des Hauptmanns und wurde später zu einem Unterführerdienstgrad. Bereits gegen Ende des 15. Jahrhunderts gehörten die Aufgaben des Weibels, später des Feldwebels, zu den wichtigsten Funktionen im Feenlein. Im Unterschied zu den gemeinen Weibels, die von den Landsknechten gewählt, deren Interessen gegenüber den Offizieren vertraten, wurde der Feldwebel vom Obrist oder vom Hauptmann eingesetzt. Als taktischer Gehilfe des Hauptmanns hatte er bei der Einteilung und Aufstellung der Schlachtordnung des Feenleins mitzuwirken. Eine vergleichbare Funktion übte in den Regimentern der Obrist-Wachtmeister aus. Im 17. und 18. Jahrhundert beschränkte sich die Tätigkeit des Feldwebels allmählich, ähnlich der des Majors, auf den inneren Dienst. Eine Sonderstellung nahm der Hurenweibel ein, der als Führer des Trosses bei entsprechender Größe desselben Hauptmanns sollt erhielt. Zu seiner Unterstützung standen ihm dann ein Leutnant und ein Fanrich zur Verfügung, mit deren Hilfe er die innere Ordnung im Tross aufrecht zu erhalten hatte und dessen taktische Führung er sichern musste. 18. mit der Herausbildung regulärer Dienstgrade zu Beginn des 18. Jahrhunderts wurde der Feldwebel zum ranghöchsten Unteroffizier der Kompanie. In einigen Armeen deutscher Staaten nannte man ihn zeitweilig Sertschand. Der Feldwebel war insbesondere verantwortlich für den inneren Dienst der Kompanie, den Befehlsempfang, das Schreib- und Rechnungswesen USW. Die Bezeichnung für diese Dienststellung änderte sich vom Kompaniefeldwebel der preußischen Armee über den Edermäßigen und den Diensttünden. Feldwebel bis zum Hauptfeldwebel Bei der Artillerie und der Kavallerie hieß er Feldwebel Wachtmeister. In der preußischen Armee standen Feldwebel und Wachtmeister seit 1741 nicht mehr unter dem Stock, sondern wurde zur Strafe nur noch gefuchtelt. Im selben Jahr wurde den Edermäßigen Feldwebeln des 1. Bataillons Garde das Offiziers Potep am Mannschaftssebel erlaubt. Dem Beispiel folgten später die beiden übrigen Garde-Bataillone und 1789 die übrige Armee. Seit 1822 durften preußische Feldwebel den Degen bzw. Säbel der Offiziere am Mannschaftskoppel anlegen, die Waffe war jedoch auf eigene Kosten zu beschaffen. 1844 wurde ihnen in Preußen die gesteifte Dienstmütze mit Schirm und Offiziersgurkade gewährt. Mit der weiteren Entwicklung des Militärwesens seit Mitte des 19. Jahrhunderts gewann der Feldwebel Dienstgrad zunehmend an Bedeutung. Die von ihnen zu besetzenden Dienstposten wurden zahlreicher und erforderten, vor allem im Zusammenhang mit der Technisierung der Streitkräfte. In steigendem Maße Spezialkenntnisse. Der Feldwebel war in Deutschland bis 1918 der höchste Unteroffizierdienstgrad. Im kaiserlichen Heer waren ihm die nicht-etatmäßigen überzähligen Feldwebel, die sehr zahnten und die Unteroffiziere untergeordnet. Der etatmäßige war mit dem inneren Dienst- und Verwaltungsaufgaben betraut und arbeitete eng mit dem Kompaniechef zusammen. Der Dienstgrad-Vize-Feldwebel wurde in den kaiserlichen Streitkräften 1873 eingeführt. Seine Aufgaben waren die Anleitung der jüngeren Unteroffiziere und nötigenfalls zur Vertretung eines Offiziers. In den folgenden Jahrzehnten bildeten sich schrittweise die speziellen Dienstgradbezeichnungen Sanitäts-, Waffen- oder Bekleidungsfeldwebel sowie Schirrmeister, Feuerwerker und Funkmeister heraus. Auch gab es Feldwebel bis 1920 in der Regel bei der Marineinfanterie, in den Flottenstamm, Matrosendivisionen und im Sanitätsdienst der Marine. In der Reichswehr wurden 1920 die neuen Dienstgrade Ober- und Unterfeldwebel eingeführt. Die Kompetenzen der bis dato höchsten Unteroffiziersverwendungen im Kompaniebereich übernahm der Truppendienst dünnde planmäßige Oberfeldwebel, Oberwachtmeister. Später in der Wehrmacht der Oberfeldwebel der Truppe bzw. der Hauptfeldwebel. Diese Funktion heißt in der Bundeswehrkompanie Feldwebel. Ab 22. Oktober 1922 wurden die Dienstgrade Feldwebel und Oberfeldwebel als Unteroffiziere mit Portepee auch in der Reichsmarine eingeführt. Jedoch galt die alte Dienstgradbezeichnung für Dekoffiziere wie Steuermann, Bootsmann, USW, weiter. In Deutschland war der ranghöchste Feldwebel-Dienstgrad seit 1938 der Stabsfeldwebel in Heer- und Luftwaffe bzw. der Stabsoberfeldwebel in der Kriegsmarine. Diese wurden, wie der Name schon andeutet, nicht in Kompanien, sondern üblicherweise in höheren Stäben eingesetzt. In den Waffengattungen Kavalerie, Artillerie und Flak lautete die Rangbezeichnung Wachtmeister. Dieser Rang entsprach aber auch dem SS-Oberscharführer der Waffen-SS, dem SA-Truppführer sowie dem Bootsmann der Kriegsmarine. Gemäß den heutigen NATO-Rangcodes wären diese Ränge mit O-6 vergleichbar. Rangabzeichen Wehrmacht und SS bis 1945. Punkt, 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 Punkt. Das Äquivalent zu diesem Dienstgrad war der Bootsmann der Reichsmarine und der Kriegsmarine bis 1945. Der entsprechende Dienstgrad in der Waffen-SS war SS-Oberscharführer. Siehe auch. Gemeinsame Armee zur Zeit der österreichisch-ungarischen Doppelmonarchie wurde der Dienstgrad Feldwebel bei der Infanterie geführt. Ihm kam der Feuerwerker der Artillerie gleich bei der Kavalerie und beim Träng der Wachtmeister. Seit 1913 war dem Feldwebel der Stabsfeldwebel vorgesetzt. Der dienstführende Feldwebel stand dem Rechnungsfeldwebel sowie den übrigen Unteroffizieren der Kompanie vor. Unmittelbar vor dem Stabsfeldwebel rangierten der einjährig freiwillige Feldwebel und der Kadettfeldwebel. Mit diesem Offiziersanwärterdienstgrad wurden all jene Absolventen der Kadettenschulen in die Truppe eingegliedert, die ihre Ausbildung mit gut abgeschlossen hatten. Der Kadett Feldwebel kam nach 1891 weitestgehend außer Gebrauch, verschwand aber nie gänzlich. Am Ende des Ersten Weltkrieges waren ihm der Offiziersstellvertreter und der Fähnrich unmittelbar vorgesetzt. Mit dem Untergang der KUK-Armee 1918 fielen die Bezeichnungen Feldwebel und Feuerwerkerweg. An ihre Stelle trat in allen Truppengattungen der Wachtmeister bzw. Stabswachtmeister. Gleichzeitig erfolgte die Rückstufung des Wachtmeisterdienstgrades. Seit 1921 war nunmehr der rangniederste Unteroffiziersgrad dem Unterfeldwebel der Deutschen Reichswehr gleichgesetzt. Der Stabswachtmeister rangierte mit dem Reichswehrfeldwebel, der Offiziersstellvertreter mit dem Reichswehroberfeldwebel. Im modernen österreichischen Bundesheer bilden die Wachtmeister eine eigene Dienstgradgruppe. In der NVA und den Grenztruppen der DDR konnten in der Regel Berufssoldaten nach erfolgreichem Abschluss der sechsmonatigen Unteroffiziersschule und nach einem praktischen Dienstjahr zum Unterfeldwebel, nach weiteren 18 Monaten zum Feldwebel befördert werden. Nach der Änderung der Beförderungsregelungen im Frühjahr 1989 für Berufsunteroffiziere dauerte die jeweilige Dienstzeit, in den nächsthöheren Dienstgrad befördert zu werden, nur jeweils ein halbes Jahr. Man konnte demnach den Dienstgrad Feldwebel bereits nach zwei Jahren Gesamtdienstzeit erreichen. Die folgenden Dienstgrade der Dienstgradgruppe der Unteroffiziere mit Portepee waren Oberfeldwebel, Obermeister und Stabsfeldwebel, Stabsobermeister. Als Berufsunteroffiziere und Militärspezialisten konnten sich Feldwebelmeister bei entsprechender Eignung und bei Erfüllung der erforderlichen Voraussetzungen auch für das Dienstverhältnis des Fernrichts der NVA oder Berufsoffiziers bewerben. Die Verwendung des Feldwebels erfolgte als Gruppenführer und stellvertretender Zugführer sowie in verschiedenen Stabsverwendungen. Als Hauptfeldwebel oder Spieß wurde der Dienststellung nach derjenige Unteroffizier oder Fernrichtdienstgrad bezeichnet, der in der Kompanie für die Dienstdurchführung der Unteroffiziere und Soldaten die Disziplin, Ordnung und Einsatzbereitschaft der materiellen Mittel verantwortlich war. Untertitelung des ZDF für funk, 2017